Meine lieben Zuschauer, viele Jahre haben mir viele Menschen zugeschaut und für mich Antipathien empfunden. Ich war auch ein Flexer, ich hab's gewusst, ich hab's euch gesagt, guckt's euch an, wie gut ich bin seit Jahren und ich lieg immer richtig, Mann, einige haben mich richtig gehatet. Dabei hab ich einfach nur ohne Ende und völlig unreflektiert angegeben. Wie man so etwas nicht mögen kann, geht mir nicht in den Kopf. 23 war jetzt nicht so mein Jahr. Da hab ich dann auch mal die Fresse poliert bekommen und lag mit meinen Prognosen falsch. Komischerweise mochten mich die Leute dann auch nicht. Auch wenn ich dann gesagt hab, ja, ich lag falsch, tut mir leid, dann hab ich gesagt, ist alles Marketing. Gut, das Schöne ist, die letzten Wochen und Monate waren nicht nur die Analysen bei den Indizes, bei den Aktien, bei den Rohstoffen, auch bei den Kryptowährungen haben sie gepasst und on top waren unsere Trades, unsere Investitionen super und deswegen, wisst ihr was, ich geb mir noch ein Klitschko kleines bisschen Zeit und dann ist er wieder da. Der Flexer, der euch sagt, ich hab's euch gesagt, ich hab's gewusst, ich bin der Größte. Leute, noch ist es nicht ganz so weit, obwohl ich euch sagen muss, bei Gold und selber und bei Brand hab ich euch nicht nur den Ausbruch angesagt, sondern auch gesagt, ja Leute, also ich glaube, jetzt kommen die ganz hohen Marken, die angesagt werden auf YouTube und ich glaube, dass wir in den Pullback kommen werden und ich hab euch Marken genannt, die wirklich starke Unterstützung sind. Und jetzt sind wir an diesen Unterstützung angekommen. Und deswegen stellen wir uns heute die Frage, rücken wir wieder auf den Kaufknopf, nachdem ich zuletzt euch gesagt hab, liebe Leute, der Zug ist weg, vorbei. Ihr könnt euch jetzt auf die Gleise schmeißen, heulen, aber den Zug kriegt ihr nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wollen wir in den nächsten Zug einsteigen oder wollen wir den an uns vorbeiziehen lassen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Und für alle, die mich absolut ernst nehmen, wenn ich mal wieder sage, ich bin der Größte und ich lieg immer richtig, ist auch richtig so. Gut, in diesem Sinne, lasst uns mit Brand anfangen. Ich muss euch sagen, wir sind, was Ölaktien angeht, schon seit vielen Jahren bei uns im Portfolio, was Investitionen angeht, übergewichtet. Wir hatten aber auch hier in dieser Zone eine mittellängerfristige Position bei Brand aufgebaut gehabt und haben dann, als Brand über diese 90 Dollar gegangen ist, gesagt, okay, wir machen den ganz eng, weil wir glauben, dass der Markt im Bereich immer noch einer Widerstandszone ist und für den Fall, dass es weiterläuft, dass wir diese horizontale Marke wirklich nachhaltig überwunden haben, sind wir dabei, wir sind ausgestoppt worden. Ich hatte euch aber auch gesagt, für den Fall, dass der Brandpreis in Richtung der 200-Tage-Linie zurückkommt, wäre das, Achtung, eine mögliche Trading-Option. Und jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, also diese horizontale Unterstützung, und ich meine, das erkennt sogar ich. Hier ist es Widerstand, lass mich nochmal näher rangehen, damit man das mal sieht. Hier, Unterstützung, Widerstand, 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 weggebrochen. Okay, der Markt kämpft mehrere Monate, über ein halbes Jahr mit dieser horizontalen Marke und jetzt kommen wir an diese Zone bei 84 wieder dran. Einverstanden, dass es eine horizontale Unterstützung ist? Gut. Dazu haben wir im Tagesstart die 200-Tage-Linie und wenn ich nochmal in den 4-Stunden-Chart gehe, hier von der letzten großen Aufwärtswelle ist im Bereich von 82,85. Die 61er Februar-Marke der gesamten Aufwärtswelle seit den Tiefs von Februar. Also bitte, nur für diejenigen, die es nicht wissen, sage ich es nochmal, alles, was ihr hier an technischer Analyse seht, dafür habe ich original 0 Minuten und 0 Sekunden Zeit gebraucht, denn Enfin, die Chartsoftware, die wir entwickelt haben und der Algorithmus dahinter von mir persönlich geschrieben, aber nicht gekodet wurde. All das ist automatisiert dargestellt. Bedeutet, ja, wir befinden uns bei 85 bis in Richtung 82,50 in eine Unterstützungszone. Kaufen ja oder nein? So. Um diese Frage zu beantworten, muss man eine andere Frage stellen. Für wie lange? Mit welchem Ziel? Und wann wärst du nicht mehr dabei? Ganz viele Trader stellen sich genau diese Frage nicht. Ja klar, es ist eine starke Unterstützung. Wahrscheinlich gibt es eine Gegenreaktion. Naja, wahrscheinlich hast du schon eine Gegenreaktion gesehen. Und sogar zwei, dreimal. Und deswegen ist die Frage, was trauen wir dieser Unterstützung zu? Ich persönlich glaube, dass der Markt das Potenzial hat, in Richtung, hier dieser letzten Abwärtswelle, hier so 61er Fib, in Richtung dieser Zone zu laufen, in Richtung ungefähr 88 Dollar. Das heißt, lassen ich mal Folgendes machen. Wenn wir also sagen, ja, wir kaufen die Unterstützung, nehmen wir unser CAV-Tool, und sagen wir, okay, wir laufen in Richtung 88. Gut. Jetzt, was ist denn eigentlich der Stopp los? Ich weiß, viele von euch setzen den Stopp direkt unter die Unterstützung. Ja, ich habe das früher immer die sogenannte, von Harvard nachgewiesene IDZ genannt, nämlich die sogenannte Indie-Fresse-Zone oder IDFZ-Zone. Denn natürlich kann der Markt noch ein bisschen tiefer kommen. Also eine logische Unterstützung ist hier, ich finde, immer noch spekulativ unter diese Tiefs, so im Bereich von 81, aber wenn du es wirklich ordentlich und konservativ machen willst, das ist ja die Range. So die Unterkante der Range ist bei 80, also unterhalb der 80. Okay, was gibt denn das für ein CAV? Schön, 0,85. Super CAV. Das heißt, ja, ist eine Unterstützung, aber ich tue mich schwer, diese Zone jetzt so zu kaufen. Selbst nochmal, wenn ich meinen Stopp los oberhalb der 80 hier in Richtung dieser Tiefs setzen würde, hätte ich ein 1,1 CAV. Also, nein. Gut. Deswegen, ich persönlich möchte jetzt aktuell diese Unterstützung nicht kaufen. Aber, nicht selten neigt gerade der Rohstoffmarkt zu komplexeren Pullback-Muster. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch durchaus möglich, dass der Ölpreis von hier sich etwas erhöht, erhöht, erholt, um dann noch einmal tiefer zu kommen, nämlich genau in Richtung dieser 61er Fibu-Marke, 82,80, in Richtung dieser Unterstützungszone. Okay, jetzt guck mal, was ich für ein CAV habe. 2,8 brauche ich aber nicht. Was ich eher brauche, ist, dass ich meinen Stopp los unterhalb der 80 platzieren kann. Oh, jetzt habe ich sogar schon 1,5 Watt CAV und mein Stopp, was ist sogar hier so bei 79, zum Beispiel 40. Habe ich immer noch 1,5 Watt CAV. Will heißen, ja, meiner Meinung nach haben wir eine erste Unterstützung angelaufen, aber nein, es ist noch nicht interessant für einen Trade, sondern ich jetzt gehe noch etwas tiefer, weil ich dann durchaus eine noch zusätzliche technische Marke habe und zweitens, gerade solche horizontalen Marken, jetzt im Nachhinein sagen wir, ja, ja, klar, der hat die Horizontale gebrochen, aber guck mal, wie komplex hier dieser Ausbruch zustande kommt. Indem er zum Beispiel hier einen langen Schatten macht, hier nochmal den Schatten testet, dann nochmal auf Schlusskurs das testet und dann erst ausbricht, dass man hätte auch sagen können, hier ist er schon ausgebrochen und ist nochmal tiefer und ist dann durchgegangen. Und gerade weil Brand, Gold, Silber vom Volumen her, natürlich haben sie viel Volumen, aber nicht zu vergleichen mit dem S&P 500, kann das dann auch etwas komplexer werden und solche Unterstützungen können dann auch, ich nenne es scharf, getestet werden. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, was ich versuche zu erklären. Und deswegen jetzt kaufen, weil es von der Trading Anatomie für mich nicht passt. Aber was, wenn er jetzt läuft? Ja, dann läuft er unnimmig. Also, allen Ernstes, ist es so, dass ihr jede Schokolade der Welt essen müsst? Ist es so, dass ihr jedes Bier haben müsst? Müsst ihr jedes Fußballspiel gucken? Überhaupt nicht. Deswegen, geile Unterstützung, ja. Wenn ich das kaufen wollte, bräuchte ich über den Tagesstart im Bereich dieser Unterstützung eine klarere, erstens, Bodenbildungsformation, damit ich sagen kann, ja, ich setze mein Stop-Loss nicht unter der 80, sondern direkt hier in diese Zone hier rein. Aber was heißt denn eigentlich eine klarere Bodenbildung? Eine klarere Bodenbildung bedeutet für mich zum Beispiel, geh nochmal hoch, komm nochmal runter und teste nochmal diese Zone. So, dann wäre das für mich eine klare Bodenbildungsformation. Dann wäre ich dabei. Ansonsten würde ich hier noch aktuell warten. Und für den Fall, dass er hier liegen bleibt, erhöht er natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich die höhere Kurse bekomme. Deswegen für mich eher die Zone um die 82,50, darauf warte ich. Und ich halte mir natürlich das Recht frei, dass ich sage, oh, 82,50 erreicht, aber jetzt hat gerade die OPEC beschlossen, dass wir die Fördermenge erhöhen werden. Oder zum Beispiel sehen wir, dass die Exporte Russlands größer werden. Stand jetzt ist das die Marke, die ich haben will. Vorher möchte ich das nicht formeln. Denn insbesondere die Gewinne, die wir gemacht haben, die gilt es natürlich auch noch zu konservieren. Und im Übrigen, falls ihr sagt, ich mag es, wie der Typ Inhalte erklärt, diese automatisierte Chartsoftware, die er kennt. War hier nicht noch eine... Ja, also nur damit ihr mal seht, was diese Chartsoftware noch so kann. Also, kurz angezeigt, guck mal. Hier Ausverkauf, Konsolidierung, noch ein Ausverkauf. So, über die Stunde, Ausverkauf, Konsolidierung, noch ein Ausverkauf. Dieser Kanal, dieser Bärenflagge wird automatisiert erkannt. Guck mal, wie sauber der hier diese horizontale Bärischauflösung, das nochmal testet und dann weiter tiefer läuft. Der hat gerade die Zielzone dieser Bärenflagge auch erreicht, mit dieser gestrichelten Linie. All das ist in der Chartsoftware drin. In unterschiedlichen Zeiteinheiten werden Flaggen, Bodenbildungen, SKS und so weiter für euch erkannt. Plus, wir haben eine zehnteilige Webinarreihe, bedingt in der zweiten Hälfte des Mais. Live, ich erkläre von absoluten Anfängen bis zum Profi. Das kann ich. In zehn Teilen, damit man selbst den Chart analysieren kann, verstehen kann, wann trage ich einen Ausbruch, wann lasse ich den, welche Unterstützungen sind wichtig, welche Unterstützung lasse ich weg. und so weiter und so fort. Und die Chartsoftware ist mit dabei. Wenn ihr euch zum Beispiel für ein Jahr entscheidet, dann ist der monatliche Preis 50 Euro, inklusive dieser Webinarreihe. Falls ihr Lust habt, freue ich mich. Gut, gehen wir zu Gold über. Also, ich wollte ja heute nicht ganz so viel flexen, deswegen sage ich euch nur Folgendes. Ich habe, bevor der Goldpreis hier diese große bullische Bewegung gemacht hat, gerade als wir im Bereich der 2040 Punkten waren, euch gesagt, pass auf Leute, für mich ist das der Ausbruch. Und ich habe es nicht nur gehandelt, ich habe euch nicht nur gesagt, achtet darauf, dass jetzt die Goldminenwerte besonders interessant werden, sondern wir haben langfristig hier im Bereich der Tiefs dann Goldminenaktien gekauft, plus ich habe euch, als wir bei 2450 Punkten waren, gesagt, liebe Leute, wenn wir uns einmal angucken, dass wir hier eine Konsolidierung hatten, und wenn ich diese Konsolidierung nehme und sie nach oben drauf lege, dann haben wir nicht ganz das Ziel erreicht, das wäre bei 2550, aber wir haben einen Großteil des Zieles erreicht. So ist es zum Beispiel, wenn ich nicht flexe. Versteht ihr, warum manche Menschen mich nicht mögen? Gut, deswegen hatten wir gesagt, 2450, Pullback bitte für wahrscheinlicher erachten. Jetzt aktuell muss man Folgendes sagen, ich hätte euch gesagt, 2250 Punkten, das muss der Goldpreis machen, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass der Goldpreis das macht, und wir kommen auch hier hin. Es ist von dieser letzten Aufwärtswelle von 2150, das 61er FIP und die Horizontale, da sind wir jetzt. Horizontale Marke, willst du kaufen? Ist die Frage, und ihr ahnt, was ich euch sagen werde, na, geile Marke, wirklich. Aber ich persönlich, hatte euch auch zuvor gesagt, ich hätte lieber die 2150, also ich jetzt gehe in 100 Dollar tiefer, denn horizontaler Widerstand, scheitert, löst ihn auf, setzt darauf auf, ganz sauber zu erkennen, und macht die nächste Welle. Und wenn wir nicht nur diese Welle uns anschauen, und davon das 61er FIP nehmen, sondern die gesamte Ausbruchswelle seit Dezember nehmen, dann ist hier bei 2150 auch das 61er FIP. Kommt der Goldpreis dahin? Muss er dahin kommen? Ist das eine geile Unterstützungszone? Kann es sein, dass er erst in sechs Wochen dahin kommt? Klar. Weil ich sage, dass komplexe Korrekturen bei Rohstoffen durchaus sein können. Und dann kann es sogar sein, dass die 200 Tage nie da ist. Aber was meint denn der Kerl mit komplexen Korrekturmustern? Ich will es euch zeigen. Und zwar, wenn wir in die Stunde gehen. Hier ist ja die horizontale Unterstützung. Einverstanden? Okay. Seht ihr, wie der Markt damit kämpft? Natürlich kann es sein, dass er hier einen kleinen Doppelboden bildet, zwischen der 2280, 2330 über den Stundenchart und dann kann er nochmal höher gehen. Und dann werden alle sagen, der Boden war schon da und jetzt geht aber die Rallye richtig los und jetzt bricht er tatsächlich, jetzt geht es richtig los. Und dann geht er ein bisschen höher und dann gibt er mir erst meine 2150. So. Deswegen bitte darauf achten, wenn ich sage, ich kaufe den jetzt nicht, heißt das nicht, dass er nicht steigen kann. Nur für meine Zeiteinheit ist das gerade nicht sauber genug, damit ich das auf der Longseite traiten möchte. Und deswegen, erste Zone erreicht. Ich kann nicht sagen, dass diese 2150 erreicht wird. Er hat das Potenzial, nochmal eine Welle hoch zu machen. Schlicht und einfach. Aufgrund der Tatsache, dass die FED eine strengere Politik macht. Aufgrund der Tatsache, dass es weniger Zinssenkungen geben wird, glaube ich, dass alles, was gegen den Dollar handelt, es im Moment eher schwerer haben sollte. Und dazu kommt noch was anderes. Liebe Leute, der Goldpreis hat vom Oktober letzten Jahres von der 1,8, da habe ich ein Video gemacht, gesagt, letzte Kaufchance, vor dem Ausbruch, hat der locker, bummelig, 600 Dollar gemacht. So. Und deswegen, warum sollte er nicht etwas größeren Pullback machen? Punkt. Dann, bei Silber tue ich mich echt schwer. Jetzt werdet ihr sagen, ja, interessant, Hamid. Also, der Silberpreis soll steigen und der Goldpreis nicht. Nee, nee, das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn ich mir hier den 4-Stunden-Chart angucke, Anstieg, bullische Konsolidierung in Form einer Flagge. Sieht man auch wunderbar in einer Stunde. Seht ihr das? Das ist der Anstieg. Zack. Und hier ist die Flagge. Was ist das nochmal mit einer Flagge? Also, du hast einen impulsiven Anstieg, zack, und dann hast du einen trägen, abwärts gerichteten Trend und in dem Augenblick, in dem dieser träge, abwärts gerichtete Trend gerade mit einer horizontalen Marke Bullish aufgelöst wird, dann kann der Markt wieder nach oben laufen. So. Das heißt, wir sind gerade in einer bullischen Konsolidierung in der Stunde. Obacht. Obacht. Ich darf euch nochmal den Tag zeigen und warum ich euch hier bei 2930 gesagt habe, Vorsicht, Leute, es ist einfach eine fette Widerstandszone. Wir sind im Mai 2021 dahin gelaufen, wir kriegen einen krassen Abverkauf und kommen das erste Mal dahin. Alle, die gefühlt ihr Leben lang hier auf der 30 gehockt haben und so in der Manie gekauft haben, die sagen die ganze Zeit, oh, bitte, bitte, komm noch einmal zurück, ich mach den Scheiß auch nie wieder und deswegen gibt es hier sehr, sehr viele schwache Bullen, die diese Zone verkaufen. Für alle, die sagen, Charttechnik funktioniert nicht. Es ist einfach nur eine Massenpsychologie. So, jetzt haben wir den Pullback, oh ja, da laufen wir auch schon mal in eine erste fette horizontale Unterstützung. Seht ihr das? Hier bei 26, lass mich mal reinzoomen. Hier, Widerstand, 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 oh, ich hab's verloren. Hier, Entschuldigung, hier, Widerstand, da ist es Unterstützung. Gut, die tiefere Marke ist bei 25, 22 und Achtung, ich bin wieder beim Thema Komplex, 61er FIP ist bei 24,90. Ihr ahnt schon, was ich sagen werde. Ich kaufe selten die erste Unterstützung. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir von dieser gesamten Rallye, die, danke, seit Oktober 44 Prozent gebracht hat, ersten Pullback gesehen hat von 13 Prozent. So, und deswegen muss ich euch sagen, auch da hätte ich gern die tiefere Marke. Ich hätte gern hier die Zone bei 25,20. Also, nicht den Oberrand, sondern den Unterrand dieser Zone. Vielleicht kommt die 200-Tage-Nin dazu und ich hätte gern die 61er FIP dazu. Aber warum tue ich mich jetzt so schwer? Schlicht und einfach, aufgrund der Tatsache, dass wir diese Flaggenformation sehen. Aber. Warum das große Aber? Folgendes. Diese Zone, diese 27, die müsste für mich klar angezeigt und mit viel Volumen gebrochen werden und der Markt müsste auch deutlich in Richtung der 28 laufen und dann würde ich mich entscheiden, ob ich den Rücksetzer handeln will oder nicht. ansonsten, wenn diese kleinere Konsolidierung Bullish aufgelöst wird, noch nicht. Nochmals, wir sind 44% gestiegen, wir haben 13% Pullback gemacht. Kann es sein, dass der Silberpreis läuft und in den Kommentaren steht, der blöde Hamlet, der hat es verpasst? Kann sein. Ich muss aber auch nicht alle Trades machen. Ich würde gern die Trades machen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. und deswegen, long story short, nochmal über den Tag gezeigt, ich hätte gern diese untere Zone bei 25,30. Falls der Markt vorher läuft, werde ich es tatsächlich nochmal abwarten wollen und müssen. Warum habe ich denn nicht zum Beispiel den Bruch dieser Konsolidierung auf der Short-Seite getradet? Schlicht und einfach, weil der Gesamtmarkt hier aus meiner Sicht in einem aufwärtsgerichteten Trend ist, total Bullish ist und selbst wenn Unterstützungen auf der Short-Seite brechen, dann ist das eher etwas für kurzfristige Trader, die davor sitzen und eher die kleineren Zeiteinheiten traden. Ich, in meinem fortgeschrittenen Alter, ich trade wahnsinnig gerne, aber ich möchte, wenn ich die Mäuse auf den Tisch lege, dass die nicht nur gehen, sondern dass die zurückkommen und andere Mäuse mitbringen. Bleibt dabei. Die Zone um die 25 wäre für mich deutlich, deutlich interessanter und deswegen Brand, Gold und Silber. Starke Unterstützung, vielleicht für euch interessant. Ich hätte gern noch einen Ticken tiefer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.